Musik Wir sind mega happy, dass so viele Leute, also um die 700 Leute hier da sind. Es ist ein komplett anderes Gefühl, wieder mit so vielen Menschen sich zu treffen und netzwerken zu können und wirklich diesen interessanten Talks zu hören zu können. Musik Die IAW ist wirklich großartig. Es ist fantastisch, wieder mal auf einer Bühne zu stehen, das Feedback von den Menschen zu bekommen, wenn man ihnen in die Augen schaut. Musik Ich finde es super. Ich finde es super organisiert und ich finde es ganz toll, endlich mal wieder vor echten Menschen zu stehen und nicht virtuell präsentieren zu müssen. Musik Der persönliche Austausch kann eine virtuelle Konferenz nicht ersetzen. Es macht vieles einfacher. Viele, das kennt jeder von uns, wenn es irgendwo hingegangen ist und die Meetings denkt sich, das hätte man vielleicht anders anlösen können. Das kann durch virtuelle Meetings schon ersetzt werden. Konferenzen, wo sehr von dieser persönlichen Interaktion und den Gesprächen lebt, nur bedingt. Und ich glaube, es braucht zumindest einmal im Jahr einen Ort, wo sich die Szene oder die Leute, die sich um diese Themen interessieren, werden physisch treffen. Musik 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 Musik